Das ist das Aufnahmesymbol. Es ist oben links in der Ecke. Ja, das ist wieder schwierig, weil Lisa die letzte Aufnahme irgendwie nicht aufgenommen hat. Das funktioniert bei mir ab und zu nicht. Ich weiß nicht warum, ich komme da nicht genau hinter. Wir nehmen ja beide eigentlich gleich auf. Vor allem, ich sehe ja auch das Aufnahmesymbol. Ich achte ja darauf, dass es auch wirklich da ist. Es ist einfach verbuggt, dass der Knopf einfach schon ein bisschen demoliert ist. Aber ich habe halt bei meinem Knopf auch was umgestellt. Das ist egal, wie man es umgestellt. Das ist ja immer doppelt draufdrücken. Das ist auch wirklich dann immer... Du hast nicht vorher einen Screenshot gemacht oder so? Nee, 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 nee. Also, weil wenn du das... Siehst du ja, wenn du ein Screenshot vorher... Nee, nee, aber es war halt wirklich ein Videosymbol. Da achte ich ja wirklich drauf, weil das ja schon ein paar Mal vorgekommen ist. Komisch. Und ja, hast du genug Speicherplatz auf der PS4? Ja. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe keine Ahnung. Es scheint einfach ein bisschen... Vielleicht... Weiß ich nicht. Ich habe keinen Plan. Aber es muss doch einer, wenn man fliegen... Äh... Ja, vielleicht ist der Knopf einfach demoliert und wenn ich nicht genug Kraft aufwände oder so... Aber jetzt wird doch was angezahlt. Aber jetzt wird doch was angezahlt. Das erklärt sich. Nee. Also, es geht ja gar nicht so. Ich verstehe es nicht. Naja, ist auch egal. Neue Runde, neues Glückgucke, aber auch wenn das dann nicht aufgenommen hat, dann... Also, ich... Ich... Wir müssen ja... Ich würde sagen, wir gucken, wir achten jetzt immer noch... Oh, ich habe meinen Laptop angegangen, weil ich auf den Tisch gehauen habe. Äh... Ja, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ist auch egal, wann ich so wichtig ist. Leer, rocken das jetzt einfach. Letzte Runde war sowieso nicht spannend. Ach, verspielen übrigens beide wieder als Claudette, weil... Claudette ist cool. Ja, wir sind... Werde außerdem, ne, Perks bekommen. Und so, dann ein bisschen... Also, ich brauche Claudette's Perks. Äh, nur deswegen. Ja, die sind schon cool. Das ist das mit dem Selbstheilen und dem... Ja, heilungsfähig. Richtiges Botanikerwissen am Start. Ja. Ja, war auch anwesend. Heiligtum des Zorns. Alle Teile. Ich zeig dir gleich mal mein Heiligtum des Zorns. Oh, es ist... Ja, toll. Es ist Freddy. Oh, ja. Bombenmäßig. Das war ne bombenmäßige Runde, das gar nicht mehr zu sagen. Also, wenn Freddy da am Spiel ist. Geil. Oh, ihr seid... Ich spreche nicht so... Oder ist er? Oh! Das war... Nee, dazu sag ich einfach nicht. Ich sage nicht ohne meinen Anwalt. Ich wusste nicht. Ich dachte, du wärst. Hä? Ich dachte... Was ist denn da passiert? Dazu sage ich nicht. Keine Aussage. Ich treffe keine Aussage. Nichts ohne meinen Anwalt. Okay. Freddy halt nach wie vor immer noch harmonisch. Ja, das kann sein. Schreifenschirt, prima. Gut. Gut ist auch gut. Und dann so ein bisschen Nägel immer gemacht. Stark. Schwabiler Stil. Ja, ich hänge immer im Keller ab, ne? Ja, ja. Ist okay. Atem! Ich bin ahnungslos. Ahnungslos durch die Nacht. Aua! Was ist das denn fürn Ding? Für die Nacht. Für den Schauer. Für den Schauer. Die Blutschützen sind neu, oder? Die Blutschützen da sind neu, oder? Ach, ich kann aufwachen. Warte, soll ich mich erst aufwachen? Soll ich dich aufwachen? Mach mal weg. Nein, hier! Nein, bleib! Ach, du kannst... Ah, habe ich dich nicht aufwachen? Hä? Hä? Ich weiß nicht, dass du... Ne, jetzt können wir den Generator übermachen. Dann sieht er dich, glaube ich, nicht mehr. Ich verstehe Freddy bis heute noch nicht. Ich bin immer noch so... Weißt nicht, Freddy... Ja, ich verstehe es auch nicht. ...weiß nur, dass er einen irgendwie sehen kann und irgendwie Traumwail und irgendwie, dass er okay ist. Ja, ich verstehe es auch nicht. Boah, Alter! Hat mich jetzt irritiert! Premium. Mach am Dufte nicht mal. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ja, nicht da! Ja, nicht da! Warte, warst du im anderen Schrank? Nö. Was? Ich bin einfach aus dem Fenster geklettert. Ja, ich auch so. Der 100-Jährige, der aus dem Fenster geklettert hat... Oh, das ist spannend. Ja, so ein Film oder so, ne? Beides, genau. Ein Buch, ein Film, keine Ahnung. Mit dem mega langen Titel. Ja. Ich finde, wir schlagen uns gerade aber noch sehr gut gegen Freddy. Also ja, ich bin auch begeistert. Wir leben noch. Ja, ich bin begeistert. Ich bin von der Aktion im Keller begeistert. Voll super. Alter! Ähm, warum ist denn das so? Das ist, wenn die Uhr da unten abläuft. Ah, okay, wollen wir uns gegenseitig aufwachen lassen? Können wir uns gegenseitig aufwachen lassen? Ja, glaube ich. Nee, ich kann nichts machen. Aber da müssen wir zu diesen komischen Teilen laufen. Scheiße. Ich weiß nicht. Wir müssen auch einen Generator verkacken lassen. Oder einen Generator, ja. Oder halt da hinten. Siehst du das, dieses weiße Zeug da hinten? Ja, ja, ja. Da kannst du denn Hände reinstecken. Hä? Nee, das ist auch bei Source. Nee, nee, das ist auch neuerdings bei Freddy. Ja. Ja. Lame. Einfach. Das hab ich schon mal gemacht. Aber das ist, glaube ich, die Map von Oni. Weil da diese Köpfe an die kann ich mir nicht erinnern. Stimmt. Das kann gut sein. Vom Oni. Hier, diese Traumkiste. Oh, Oni. Oni Oni. Äh. Plopp. Warte mal, komm mal zu mir. Ich kann dich jetzt aufwecken. Ja, ach so. Wie lässt du durch die Gegend rennen? Das sieht so dumm aus. Oh. Ja. Alter. Ja, so. Ich gebe ein paar Schnipsen so. Mach ich mal eben kurz den Doton wieder. Aber eigentlich das, also gegen Freddy muss man, glaube ich, sehr im Team spielen, damit das funktioniert. Ja. Ich glaube auch. Das ist eine sehr gute Tastik. Also optimal wäre es natürlich, wenn man dann so eine Vierertruppe hätte, wo man dann... Aber dass wir da halt noch nicht drauf gekommen sind, gegen Freddy einfach mal im Team zu spielen, ist natürlich auch schlau. Ja. Also halt auf jeden Fall zusammenbleiben macht Sinn bei Freddy. Dass man sich da irgendwie gleich aufwecken kann. Aber warum wir da halt noch nie drauf gekommen sind? Oh, die sind jetzt einfach genau da, wo wir gerade waren. Ja. 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 Na ja. Das ist halt... Tauermaschine ist ja sehr weit weg. Der ist ja in der Nähe von dem... Das stimmt. Ist das bei dir auch an derselben Stelle immer? Oh, er ist da. Aber wo? Da sind wir da. Oh, hier ist aber auch, aber die kann wir nicht nutzen. Ähähähähähäh. Ja. Müssen wir zu dir da hin. Ja, ja. Bei mir war das eben nicht da, wo du die hattest. Achso. Oh, stimmt. Das Blut schützt. Oh, lol. sich durchs Blut laufen. Oh fuck, Freddy! Ich kann nicht empfehlen, durchs Blut zu laufen. Was, er hat mich nicht gesehen? Oh, tschüss! Ja, er hat mich ja nicht gesehen. Ich hab mal abgedeckt. Oh, ich guck mir mal die Map an. Oh, ein schöner Ohnie, Ohnie! Okay, ich bin aufgewacht. Okay, ich bin eher aufgespielt. Ja, wo bist du? Oh, lol! Ja, ist vorbei. Oh, da bist du. Okay, gut zu wissen. Ja, ja. Ja, ja, ist... Er hat halt das vertrocknete Gesicht. Benutz doch mal ein bisschen Lotion. Den Gesichtscreme hilft. Und trägt sich doch alles wieder geschmeidig an. Äh, dann bin ich wieder aufgewacht. Aber er geht immer schön weg, das find ich sehr nett von ihm. Ja, Freddy hat's ja auch irgendwie nicht nötig, weil er dann... nicht... so 0,0,6 wieder sieht. Ist er jetzt weg? Also ich seh... also ich... Kann ich dazu sagen. Ich seh ihn ja gar nicht mehr. Ja, ich seh ihn auch nicht. Nein, weil ich ja außen... also bist du im Traumgegen? Nee, nee. Aber bei dir ist bald wirklich Raum soweit. Ich würd's schnell retten. Ah nee, da ist er. Warte. Ja, ich höre ihn die ganze Zeit. Ja, 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 los! Nein, 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 warte. Den sieht halt eben die andere Person. Äh, ich weiß nicht wohin. Ach du Scheiße, da bin ich im Traum. La 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 la. Ich geh mal kurz zur Traummaschine, ne? Ja, ja, ich... jetzt bin wir da noch zusammen rumsträgen. Aber ich find Traummaschinen sehr schön. Fuck, ich glaube er hat nicht Zeit. So, okay, ähm... Oh Gott, ich ruhe. Okay, ich bin aufgewacht. Wo bist du? Willst du gejagt? Warte, ich bin noch halb... Ja, halb! Ach so. Okay, ich bin noch... bei diesem großen Gebäude in der Mitte, in der Nähe. Eigentlich bin ich genau am Haken, auch da, wo ich eben war. Okay, Achtung, dein Traum ist bald wieder aktiv, ne? Ja, ja. Aber ich kann euch ja nichts gegen machen. Ja? Ich bin ja... diese Pfützen, nicht reinlaufen kann ich nur empfehlen. Die sind ja ganz komisch. Ja, die Pfützen haben mich grad auch schon reingelaufen, als ich dich gerettet habe. Das war irgendwie komisch. Ja. Okay, ich bin jetzt... wo bist du? Äh, ich bin jetzt hier an einem Generator, neben der Hütte. Und andere Stichpunkte hab ich ja gar nicht. Neben der Hugo-Hütte? Nee, an einem Ausgang bin ich. Hier ist ein Ausgang. Ah, keine Chance. Dann wieder... Ich mach auch noch eben den Gen... Ey, wir müssen noch zwei Generatoren gegen Freddy machen. Das kriegen wir doch hin, oder? Oder halt nicht. Fuck, er kommt. Hast du gesehen? Er kommt, er kommt, er kommt. Oh, ich wollte zu dir. Ja, ist grad schlecht. Ist grad nicht zu empfehlen. Jetzt ist er weg. Ich bin bei einer Hugo-Hütte. Ich bin bei einer Hugo-Hütte. Okay. Dann sind wir wahrscheinlich... Könnt ich mir vorstellen, dass wir... Ach, ich bin wieder im Traum. Da ist jemand. Warte, da ist jemand. Kannst du mir helfen? Nein, sie ist auch jetzt im Traum. Scheiße. Wird mir jedem helfen können. Boah, dieser Traum-Timer ist ein bisschen stressig, ne? Ja. Ja, irgendwie kann. Dann diese Scheiße. Ja, ich geh wieder zur Traum-Maschine. Da ist ne Pfütze. Ja. Blup. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, er sieht sehr auf den Fersen grade. Aber er sieht ja einen. Ich fühle mich, er sieht einen gar nicht, wenn man im Traum ist. Ich dachte immer mal, er sieht einen, wenn man im Traum ist. Aber die haben den auch geupgradet, ne? Also irgendwie ist das alles ein bisschen anders. Vielleicht ist er jetzt auch ein bisschen rausgewogen, ja. Ja, das kann gut sein. Weil auch das mit den Pfützen ist ja neu. Und das mit den... Dingsens. Ich bin jetzt auch bei ner Hugehütte grade gewesen. Ja, ist egal, ich bin aufgebaut. Was sind das denn für Pfützen, die der die ganze Zeit hinterlässt? Das verstehe ich nur nicht. Also sein Timer läuft, ne? Ja. F**k, er ist wieder bei mir. F**k, er ist wieder bei mir. Boah, er sieht mich hier einfach nicht. Uiuiuiuiuiuiuiui. Aber sobald der Timer abläuft, dann schon. Kann der bitte gehen? Nicht ja, ich weiß nicht. Weil ich konnte das eben auch mit der anderen Pfiffe nicht schrecken. Vielleicht in nem bestimmten Radius oder so? Weiß ich nicht. Dann würde ich nicht sagen. Ich geh da hoch oder gar nicht. Boah, das Traumding ist natürlich weit, weit weg. Aber egal. Mir bleibt jetzt leider nichts anderes übrig. Ein Traum, der deinen Namen trägt. Das macht das Lied irgendwie auch nicht lustiger. Es macht's ne schnulziger, wenn man das so singt. Oh, hier ist ne Mauer. Ah. I have a dream. Traummaschine. Schon wieder die. Aufgewacht. Schön, dass man dafür immerhin Punkte bekommt. Irgendwann nie. Ach, zu viel. Ah, da. Der Nanny. Was? Macht irgendwer grad einen Generator? Boah, hier sind schon alle Generatoren gemacht. Und mein Time. Oh, warum ist er die ganze Zeit in der Nähe jetzt? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt ist er bei mir. Oder er ist bei dir. Oh, scheiße. Ich hab mir facken Seels. Ja. Äh, wohl. Ich bin kein fertig gemachten Generator mehr. Okay. Dreh aufm Kopf, ich bin ein Döner. Okay. Dreh aufm Kopf, ich bin ein Döner. Dreh aufm Kopf, ich bin ein Döner. Dreh aufm Kopf, ich bin ein Döner. Dreh aufm Kopf. Jetzt hab ich keine. Oder? Hä, ich bin kein Generator mehr, aber ich bin gleich auch erst mal wieder... Ja, ich bin hier beim... Oh. Oh, das ist tot. Wasser prickelt. Ja, bei mir geht jetzt auch wieder... Ich bin wieder in The Dream. Ja, ich bin die ganze Zeit schon im Traum. Ganz stressig. Ja, ich lauf die ganze Zeit... Es ist die ganze Zeit so am... Oh Gott. Ja, ich lauf immer zu diesen Traumteilen hin. Und befreie mich dann. Ja, ich... Ich hätt mich ja befreit, aber er war die ganze Zeit immer im Umkreis. Es ging halt nicht. Ich musste mich halt verstecken. Ja, sprich. So, hätt ich ja gerne gemacht. Hab ich auch schon mal. Aber... Aploying! Da bin ich wieder aufgewacht. Läuft doch immer die... Traum! Oh Gott. Ist bei mir. Ich bin ein Busch. Ich bin kein Ding. Okay. Next. Oh, dieser eine Generator. Ich glaube, er hat mich nicht. Ist er doch nicht. Ja, das ist die Oni-Map. Hier kommt so diese... Ja, ja. Da ist auch ganz oben so eine Oni-Statue ohne Kopf. Oh. Ist auch schön. Ist Deko. Deko für den Garten. Ich weiß nicht, wo du bist. Bei ihm in der Nähe. Oh, ein Tamer. Wir gehen wieder auf... Er ist sehr bei mir in der Nähe. Ja. Er läuft an mir vorbei. Er läuft auf die Hütte zu. Auf die Große. Auf die Große? Ja. Oh, ich geh mal in den Keller. Ich muss mich irgendwie entspannen. Zum Keller geht man... Ne, zum entspannen geht man in den Keller. Da ist noch ein... Ich sehe, was Nettes ist in der Truhe. Irgendwie geht die Runde auch schon wieder lange irgendwie. Ja. Oh mein Gott. Ich bin schon wieder in einem Traum. Es kann doch nicht wahr sein. Warte, ich komm zu dir in den Keller. Ja, warte. Wer bist du? Ich bin über dir. Sonst kann ich dich jetzt gleich auf... Schnell. Sonst kann ich dich aufwecken. Hallo. Nicht machen. Ah, ich glaub ich schaff das nicht mehr. Doch, 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 doch. Nein. Doch, aber ich konnte es trotzdem weitermachen. Ich konnte es weitermachen. Oh nice. Also wenn du angefangen hast, das ist... Dann ist es egal, wenn du jetzt schon in deinem Traum... Hey. Oh, Teamwork. Alter. Wir gehen so gegenseitig am Rumschnippen. Ja. Ey, du hast ja was, ey. Du hast ja was, so. Okay, wir sind ein Generator. Ja. Hm. Das schaffen wir. Ich glaub, oben ist halt auf diesem Ding ist halt einer. Habt ihr einen gesehen? Bist halt kritisch? Ja, und gerade... Ja, gerade hab ich auch noch einen gesehen, da drüben auf der Seite. Aber der war auch auf so einem Podest ähnlichen Ding. Hm. Aber dann trotzdem lieber da drüben, ne? Weil das in der Mittelfahrung nicht zu spät liegen. Ja, will ich auch sagen. Ja, mega unauffällig hier. Vielleicht bist du wieder... Vielleicht bist du wieder im Traum drin. Oh mein Gott. Da auf diesem Podest, da ist einer. Ach, da muss ich denn kommen. Wo bist du denn? Hier. Du klatschst so einfach durch die Gegend. Halt auf. Richtige Klatschparty. Hm. Danke. Oh oh. Ich glaub auch. Aber er sucht uns. Er sieht uns nicht. Loll. Wie soll ich denn auffällig hier? Wir sind so am rumgeklatschen und rumgeschnitten. Hallo, ey. Hallo, wach auf. Und er so, ne, sehe ich nicht. Ja, da oben ist halt auch ein... Aber der Timer geht ja andauernd wieder los. Ja, bei mir jetzt gleich auch wieder. Alter. Nervig. Ich weiß, es könnte sein. Aber hier quitt ja auch Kontrolle jetzt, ne? Ja. Aber was soll ich machen, so? Ich muss halt irgendwas machen, ne? Naja, da ist direkt noch ein anderer Generator. Ja, ich geh auch mit. Ich bin im Traum. Oh. Wir sollten vielleicht weggehen. Lass mal weggehen. Wieder an unserem Gebüsch. Oh, schnell. Ne, jetzt ist es zu spät. Bin ich auch im Traum. Fuck. Zu spät. Traummaschine. Bin auch im Traum. Jaja, ich geh zur Traummaschine. Ich befreie uns aus dem Traum. Ist wieder meine Lieblings-Traummaschine hier. Wo man immer ganz durch die ganze Map laufen muss. Ist richtig schön. Oh, er hat mich gesehen und dachte so, ich wäre so mega versteckt. Oh. Oh. Das ist doch mega random. Boah, er hat einfach eben nicht gesehen. Ich bin jetzt. Okay, ich bin aus dem Traum raus. Boah. Ich glaub ich hab ihn ab da ran. Ja. Oh. Er ist bei mir. Finde ich jetzt gruselig. Tapfer plus drei Punkte. Ich bin tapfer. Offiziell. Die Runde geht ja noch mega lange. Ja. Stiegt schon richtig an meinen Nerven so. Finde ich auch anstrengend gerade. Ja. Und wir haben nur noch einen einzigen Generator. Über. Äh. Wir sind noch... Ich dachte wir sind schon gekommen. Aber irgendwie war es nur frustrierend. Aufgehört sind die Generator schon alle genug. Die eigentlich hier safe rumlaufen. Meine Zeit zurückholen. Nein, mein Traum. Aus dem Traum entkommen. Genau so war das. Das ist irgendwie voll... Ich will immer, weil es so ein Wecker ist, bin ich immer so... Äh. Zeit. Ich nimm mir meine Zeit. Was haben wir denn hier? Ist die noch anders? Nein. Ist gut. Ich hab das Gefühl, er ist hinter mir her. Er ist hinter mir her. Okay. Nein. Ich bin noch bei mir. Ja, er ist noch bei mir. Alter. Boah. Okay. Ich bin in eine Blutpfütze gelaufen und hab grad voll den dämonischen Anfall. Was war denn hier los? Ja. Oh nein. Ja. Lalalalalalalala. Tinkst du schonmal? Was? Nee. Ich lebe noch. Wollen wir ein Weter? Ja. Er geht weg. Er geht in die große Hütte. Er ist in einer großen Hütte. Weil ich kann jetzt hier noch erstmal fertig machen. Ja, das stimmt. Oh, sieht der mich jetzt entfangen, oder nicht? Ich glaube halt nicht. Ich weiß nicht. Also doch, wenn mein Generator macht schon! Ui! Oh lol, wieder in den Putze gelaufen. Ja, das bin ich gerade auch, wenn mein Generator macht. Ich glaube, ich hab's dann gesehen mal rausgefunden. Soll ich Fluchtversuch machen? Hey, gehen sie doch weg! Soll ich Fluchtversuch machen? Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Aber das ist jetzt noch mal 4% oder so. Oh. Ja, hat nicht funktioniert. Scheiße. Das ist ja ne Überraschung. Aber ich bin ja auch mega gut klar. Finde ich aber auch. Also wir hatten schon einen Plan. Ich hätte halt den Generator nicht machen können. Aber das... Ich weiß ja immer, wann er einen sieht und wann nicht. Ja. Aber es war ne bessere Freddy-Runde als sonst. Also! Ja! Jetzt hab ich Freddy endlich verstanden. Seit 100 Jahren DVD-Spiel. Aber ich glaub, der wurde auch... Ah! Ich glaub, der wurde auch ordentlich geupdatet. Er hat jetzt ein bisschen... Ja, die sind mit den... Mit den... Mit den Dingern. Jetzt ist die einfacher. Ja, die Dingern sind aber schon ein bisschen länger. Die Trauben... Ja, die sind schon ein bisschen länger. Ja, die sind schon ein bisschen länger. Ja, also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also das war schon... Stabil. Eigentlich ne ganz gute Leistung. Eigentlich bin ich auch sehr zufrieden. Ja. 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 Das ist ja... Hm. Dann möcht ich sagen, wir verabschieden uns. Ja. Dann... Tschüssi! Yo. Ich schließe mich an. Ja. Ich schließe mich an. Und quach weiß ich morgen riverbär. Passamos! Entschuldigung! Ich bin da!